Willkommen in Fechners Universum, der Podcast zur Entfaltung deiner Persönlichkeit, deiner Präsenz und deines Potenzials. Sei der Welt ein Licht. Hallo und herzlich willkommen, schönen guten Tag hier wieder in meinem Universum. Ich freue mich, Sven hier, Sven Fechner, ich freue mich, dass du eingeschaltet hast, nach langer Zeit hier mal wieder eine Podcast-Folge. Ich hatte mir ja ein bisschen Auszeit genommen, weil ich jetzt beruflich sehr, sehr anderweitig beschäftigt war. Ich habe Regie geführt in einer Serie, also Synchron-Dialog-Regie nennt sich das im Fachbegriff. Und das hat mir sehr, sehr viel Freude gemacht und hat auch meine ganze Konzentration gefordert und mich wirklich auf vielen Bereichen meines Lebens wirklich gedehnt und geweitet und mich wachsen lassen. Und ja, das ist spannend. Ich hatte lange nicht mehr so eine Zeit, wo ich wirklich quasi jeden Tag weit über meine Komfortzone, meine bisher gewohnte Art der Kreativität hinausgegangen bin und mich dort reingeworfen habe. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Ich darf leider noch nicht viel erzählen. Ich werde euch informieren, sobald das das Ganze online ist und dann werde ich vielleicht auch ein bisschen mehr darüber erzählen, was ich da für tolle Erfahrungen gemacht habe. Jetzt möchte ich heute zu quasi zum Neubeginn oder man kann das sagen der zweiten Staffel von LK Shushin oder überhaupt meinen Podcasts. Es ist ja jetzt ungefähr ein Jahr her, dass ich die erste Folge aufgenommen habe und ich glaube, das hier ist jetzt dann die 81. oder 82. Folge. Möchte ich auf ein Thema eingehen, was mich gerade sehr, sehr inspiriert, weil der eine oder die andere von euch wissen das ja, ich habe das schon ab und zu erzählt, dass ich ja seit Anfang letzten Jahres eine Online-Ausbildung zum Live-Trust-Coach mache bei Veit Lindau. Das ist eine sehr, sehr intensive Ausbildung zum Coach. Also ich coache ja schon auf jeden Fall und mache mein Präsenz-Coaching und auch mein Potenzial-Coaching biete ich ja an und das macht mir auch große Freude. Und dieses Coaching-Programm habe ich mir geschenkt letztes Jahr zum Jahreswechsel und habe gesagt, ich möchte einfach nochmal was für mich tun und dann nochmal tiefer einsteigen. Und da ich den Veit Lindau und seine ganze Idee auch mit seiner Homo-Dea-Seite sehr, sehr spannend und inspirierend finde, habe ich mich dort reingeworfen. Und ich bin jetzt ungefähr im Ende des zweiten Drittels dieser Ausbildung und jetzt habe ich mich gerade mit etwas beschäftigt, was sich die innere Tafelrunde nennt. Also die Idee dahinter ist, dass wir eben, wenn wir sagen, wenn wir von unserem Ich sprechen, dass das natürlich nicht singulär ist. Also wir haben verschiedene Ichs in uns. Die einen nennen das innere Stimmen, man kann da auch Anteile zu sagen und da ist jeder von uns ganz unterschiedlich, aber es gibt doch so ganz bestimmte klassische Anteile oder verschiedene Ichs, die immer wiederkehren oder sehr, sehr häufig bei vielen Menschen auch auftreten. Also ein ganz klassisches Beispiel ist so der innere Zweifler oder die innere Zweiflerin, ja, die immer sagt, na, ich weiß nicht, lass mal lieber, das wird sowieso nichts und so. Also kennt sicherlich jeder von uns oder jede von uns auch zu gewissen Anteilen. Heute möchte ich mit euch über einen dieser inneren Anteile sprechen, einem Teilnehmer meiner inneren Tafelrunde, nämlich dem People Pleaser. Ja, dieser Begriff tauchte mir neulich auf, als ich mal wieder in eine der neuen Folgen eines meiner Lieblingspodcasts eingehört habe von Natascha Geißler und Ella Thebe, also Ella The Bee. Lange Rede, kurzer Podcast kann ich sehr, sehr empfehlen. Zwei sehr kluge, zwei sehr charmante, zwei sehr lustige Frauen sprechen über interessante Themen und tauschen sich darüber aus, über Dinge, über Themen, die jeden von uns betreffen können. Also hört da gerne mal rein, Lange Rede, kurzer Podcast mit Natascha und Ella. Und die haben eine Folge gemacht über People Pleaser. Und in dieser Ausbildung jetzt ist mir das gerade wieder vorgekommen in den letzten Wochen, dieser innere Anteil. Und wenn man den beschreiben möchte, ist das sozusagen ein Anteil, der gefallen möchte. Ein Anteil in uns, der Zustimmung haben möchte, der Aufmerksamkeit haben möchte, der, der oder die, ich bleib jetzt mal beim der, ich bin großer Fan vom Gendern, aber ja, um den Gesprächsfluss jetzt hier beizubehalten, bleibe ich jetzt mal beim der, weil es ja auch, weil ich von mir erzählen möchte. Und mein People Pleaser ist natürlich auch vorhanden, weil ich möchte jetzt gar nicht so auf meine Kindheit eingehen. Das könnt ihr irgendwann mal in meinem Buch lesen, was ich da alles so erlebt habe. Auf jeden Fall konnte ich mehr oder weniger dort machen, was ich wollte. Eigentlich habe ich nie die Aufmerksamkeit oder Nähe oder die, die Zuwendung bekommen, die ich gebraucht hätte. Ja, ohne da jetzt einen Vorwurf draus zu machen, es ist einfach so. Ich habe da ein großes Defizit und dementsprechend habe ich das natürlich mit in mein Erwachsenenleben genommen. Dieses Bedürfnis, gemocht zu werden, dazuzugehören. Ja, durch Nettigkeit, durch Gefallentun, durch Dasein, wenn jemand Hilfe braucht, den inneren Wunsch eigentlich zu haben, etwas zurückzubekommen. Nämlich eigentlich Energie, Zuneigung, Zuwendung, Liebe im letzten, letztendlichen, allumfassenden Sinn. Und ja, als ich da dieses Gespräch von Ella und Natascha mir eingehört habe, hoppla, muss ich gleich niesen, habe ich mich echt erschrocken. Habe ich gedacht, bin ich auch ein People Pleaser? Ja, und vor allen Dingen, dann kommt bei mir noch ein weiteres Thema dazu, gehe ich meinen Mitmenschen damit auf die Nerven. Weil ich habe ja zum Beispiel den Titel dieses Podcasts, Eka Shushin. Ja, das ist ja ein Satz aus dem Lotus Sutra, aus dem 16. Kapitel. Das heißt, im Herzen der Menschen Freude bereiten. Das habe ich ja ganz bewusst für mich hier als Titel genommen, weil das wirklich, weil ich für mich rausgefunden habe, oder weil ich für mich ganz lange nach meinem übergeordneten Herzensziel, nach meiner transformierenden Mission gesucht habe, was mich glücklich macht und was mich antreibt. Und das ist ganz klar, es macht mir total Freude im Herzen der Menschen, Freude, Inspiration und auch Zuspruch zu geben und zu bereiten. Deswegen auch dieser Podcast hier mit diesem Titel. Und dann habe ich jetzt gedacht so, okay, da gibt es sozusagen einen pathologischen Begriff für People Pleasing. Also es ist immer so, bei diesen Archetypen, bei diesen inneren Anteilen, sie haben sowohl positive Aspekte als auch vermeintlich negative Aspekte. Also es kommt darauf an, wie stark dieser innere Anteil aktiv und ausgeprägt ist. Also wenn ich jetzt für meine Mitmenschen nur Komplimente zur Verfügung habe und immer sage, ach komm, ein ganz klassisches Beispiel. People Pleaser sind immer diejenigen, die, wenn man zusammen essen geht, die sofort sagen, ach komm, ich bezahle das. Ja, anstatt auch mal abzuwarten und auch mal die anderen ruhig sozusagen, der Gruppe, die dort gerade essen ist, mal was Gutes zu tun. Oder das sind immer diejenigen, die nach einer Party irgendwo eingeladen sind und dann natürlich am Schluss alles mit aufräumen bis zum Schluss bleiben und gucken, dass es dann dem Gastgeber, der Gastgeberin auch gut geht und wie man ihr irgendwie sozusagen das Ende dieser Party vereinfachen kann. Oder ich wasche gerade ab, ich helfe gerade mit Abwaschen. Und so, wenn jemand krank ist, zu sagen, hey brauchst du irgendwas, ich fahre für dich zur Apotheke oder ich kaufe für dich was ein oder sowas, also ungefragt. Ja, also das ist alles nicht schlimm, aber wenn man das übertreibt, ist das natürlich für die Umgebung vielleicht, wenn man nicht so viel mit dieser Person zu tun hat, ganz okay, aber wenn man dann näher mit einer Person zu tun hat, als People Pleaser, dann kann das schon sehr unangenehm werden, ja. Und ich dachte so, als ich das hörte, dieses Gespräch, diese Podcast-Folge von den beiden, dachte ich so, oh Gott, hey, ich gehe meiner Umgebung komplett auf die Nerven mit meinem Nettsein, mit meinem, ich liebe es zum Beispiel Komplimente zu machen, weil ich glaube und finde oder der Überzeugung bin, dass wir in unserer Gesellschaft wirklich verlernt haben, Zuspruch zu geben, ja. Und bin echt total unsicher geworden, weil ich dachte so, oh, krass, okay. Da kommt nämlich noch ein zweiter innerer Anteil in mir zum Vorschein, nämlich dieser Anteil, der immer sagt, boah, ich bin echt zu schwierig für meine Mitmenschen, ich bin zu anstrengend, ich bin zu fordernd in meiner Intensität als Skorpion. Ja, was ich mittlerweile, ich weiß das, dass ich für viele Leute echt eine Zumutung bin. Und dass das wirklich auch eine Entscheidung bedarf, mit mir zu sein und in meinem Freundeskreis zu sein und auch zu bleiben, weil ich da wirklich, ja, mit all meinem Sein, mit meiner Leidenschaft und vor allen Dingen mit meinem Skorpionwesen da einsteige. Ja, und auch das hat natürlich wieder Ursachen aus meiner Vergangenheit, aus meiner Kindheit. Mir wurde immer gesagt, ich sei schwierig, ich sei anstrengend, ich sei zu viel, ne, also vor allen Dingen von Menschen, denen ich damals vertraut habe oder denen ich ausgesetzt war, sprich meine Eltern oder so. Ja, da übe ich zum Beispiel dran, dass ich sage, nein, ich bin nicht schwierig, ich bin einfach anspruchsvoll und ich bin differenziert. Und ja, wenn, dann will ich alles und nicht nur die Oberfläche. Also das kann man mit einem Skorpion nicht machen, Oberflächlichkeit auf Dauer. Da langweile ich mich einfach und dann werde ich aggressiv und da hat keiner was davon. Also, ich bin nicht schwierig, ich bin eine Ansage. Ich liebe mittlerweile dieses, oder schon seit langer Zeit, dieses Zitat von Georgette Di, wo sie sagt, jeder Versuch, mich zu minimieren, ist aber sowas von fehlgeschlagen. Ich liebe das. Ja, das ist auch so eins meiner Lebensmottos. Aber jetzt wieder zurück zu diesem People Pleaser. So, ich bin dann wirklich sehr, sehr unsicher gewesen, habe gedacht so, okay, jetzt muss ich mich korrigieren. Ich halte mich zurück, ich nehme mich zurück. Ich werde nicht mehr meinem großen Herzenswunsch folgen, nämlich im Herzen der Menschen Freude bereiten und Inspiration geben und für sie da sein, so gut ich eben kann. Und dann habe ich darüber meditiert, habe hier gechantet und ein paar Tage das sacken lassen. Und dann ist mir klar geworden, dass es, glaube ich, einmal die gesunde Seite des People Pleasers gibt. Nämlich, wenn man zu dem Punkt kommt, ich bin so, wie ich bin, total happy und glücklich. Und ich habe Energie zur Verfügung und ich möchte gerne meine Umgebung daran teilhaben lassen und quasi mich verschenken. Ja, da haben wir auch schon öfter hier drüber gesprochen oder ich habe darüber gesprochen und dieses Thema in den Raum geworfen, dieses sich den Mitmenschen der Welt hinzugeben, ja, anstatt zu fragen, was kann ich, also dieses berühmte Zitat von John F. Kennedy, Frage nicht, was dein Land dir zu geben hat, sondern was du deinem Land geben kannst. Also man kann das ja übertragen, Frage nicht, was das Leben dir zu geben hat, sondern was du dem Leben geben kannst. Also das ist, glaube ich, wenn das aus einer gesunden inneren Stabilität und einem gesunden Selbstwert und einem Genuss und einer Freude am Leben passiert, dann ist es gesund. Ja, auch wenn das für den einen oder die andere, die dann eben gerade Komplimente bekommt und, also ich liebe es zum Beispiel Menschen als, hey du Schöner oder hey du Schöne, sie anzureden oder anzuschreiben, wenn ich irgendwie einen Kommentar mache oder eine Nachricht schicke. Und ja, wenn das aus einem gesunden Antrieb ist, eben nicht, wenn ich Komplimente mache oder wenn ich meine Hilfe und meine Inspiration anbiete, aus dem Grund ist, dass ich etwas von dieser Person zurückhaben will. Nämlich, oh Sven, du bist so toll oder danke, dass du immer für mich da bist und so, das ist ja ein Tauschhandel. Also darum geht es überhaupt nicht. Vor allen Dingen ist es energetisch halt, ja, denke ich eher destruktiv und kommt auch als Negativität, als negative Energie und als Wirkungen zu dir zurück. Nämlich, dass die Leute von dir zurückziehen, dass sie sich distanzieren, weil sie sagen, der ist mir zu klebrig oder der ist mir zu anstrengend oder so. Aber wenn du das gesund in die Welt gibst, das, was du in deinem Herzen an Liebe, an Freude, an Inspiration, an interessanten Gedanken hegst, dann, finde ich, ist der Begriff People Pleaser durchaus etwas Wunderbares. Und ja, diese Gedanken wollte ich heute einfach mal mit euch teilen und euch ans Herz legen, mal darüber nachzudenken, wie das bei euch ist. Und ich habe mir überlegt, ich werde jetzt in den nächsten Wochen öfter mal über diese inneren Anteile, über diese Teilnehmer der inneren Tafelrunde sprechen, zumindest über meine, weil ich finde das doch sehr, sehr spannend. Also frei nach dem Buchtitel von Richard David Precht, Wer bin ich und wenn ja, wie viele? Ja, ich hoffe, das hat euch Spaß gemacht oder hat euch dazu inspiriert, auch mal bei euch zu gucken, ob ihr so einen inneren People Pleaser in euch habt und ob der gesund ist oder ob der eher bedürftig ist und deswegen nach außen hin eigentlich, achso, ein weiterer Punkt ist natürlich, wenn der nicht gesund ist, dann gibst du natürlich auch die ganze Zeit mehr Energie nach draußen, als du ja eigentlich zur Verfügung hast, weil du hast ja ein Bedürfnis, sonst würdest du ja nicht, wenn der krank ist, um Aufmerksamkeit buhlen und nett sein, weil du ja eigentlich was willst. Aber wenn der gesund ist, dann fühlt sich das sehr, sehr gut an und dann macht das sehr, sehr viel Spaß auch, Menschenfreude zu bereiten. Ja, würde mich interessieren, ob ihr das auch in euch habt. Ich freue mich mega, wenn ihr mir Nachrichten schickt oder ähnlich wie in unserem Nachgedacht-Podcast mit Roman und mir auch, gibt es die Möglichkeit, uns Sprachnachrichten und auch mir hier Sprachnachrichten zu schicken mit euren Gedanken und gerne auch mit euren Fragen zu bestimmten Themen. Sei es jetzt die buddhistische Praxis oder sei es bestimmte Fragen bezüglich Coaching oder auch Psychologie, ich stehe da gerne zur Verfügung und habe total Lust darauf einzugehen. Also immer her damit, die Nummer ist 0157-339-718-52. Auch hier, entweder schickt ihr eure Nachricht für Nachgedacht für unseren Podcast oder hier für Eckerschuschen 0157-339-718-52. So, ihr Hübschen, kommt gut in diesen Tag oder durch diesen Tag und ich wünsche euch alles, alles Liebe, bis zum nächsten Mal wieder hier in Fechners Universum. Euer Sven. Macht's gut. Ciao. Ciao. Sei der Welt ein Licht.